Das ist ein bisschen der Schunk, ey. Das ist immer Ursache, ne? Ja. Clemens, wo ist denn Peter? Ja, weiß ich auch nicht. Ruf dir mal an, du hast die Nummer doch. Nee. Du hast gesagt, du hättest die Nummer. Watsch. Vielen Dank. Ja, wo ist der Doktor, da ist nirgendwo hier, der soll in die Zufsuppe rein, die ist schon bald vorbei. Kommt doch noch schon, ey, ne? Pauk, was auch bei Sascha? Fugt dir mal in die Panne. Pauk, was auch bei Sascha? Ja, wie er ist! Ja, jetzt ist er, wie es nicht. Das ist immer wunderbar. Da ist ja vielleicht noch ein Mann! Ja! 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 Ja, ja. Doch. Das passiert wirklich nur Bayerisch, glaube ich. Ja, wenn du ein bisschen ein Spreng hast... Nein, wenn du ein bisschen ein Spreng hast... Ja, wenn du ein Spreng hast... Nein, nein. Ja, ja. Das war's, ja. Ja, ist, ist, ist da, du hast Glück. Hör zu. Ne, ne. Sascho, Sascho. Gerne, Gerne, ich hab dir dreimal aufgerufen auf Deutsch, wo auch feierlich gesprochen hat. Da war er noch einmal gerne.